Junge Leute für unsere sozialen Berufe zu begeistern, war bis vor kurzem nicht so einfach. Das lag weniger an den abwechslungsreichen Jobs als an unseren, sagen wir, traditionellen Methoden, um nach neuen Mitarbeitern zu suchen. Langweilig, genau wie unsere Webseite. Zum Glück haben wir unser Diakonie-Karriere-Portal soziale-berufe.com. Im Ausbildungsstätten-Navigator stellen wir unsere Einrichtung per Video vor und veröffentlichen unsere Stellenanzeige in der Stellenbörse. Das soziale-berufe.com-Team teilt diese dann in den sozialen Medien. Es informiert auch über unsere Ausbildungen und Neuigkeiten. Unsere eigene Webseite können wir mit Berufetests, Berufefilmen und einem witzigen Bildgenerator in wenigen Schritten aufpeppen. Genau wie unseren Messestand. Die Besucher lieben unsere Werbegeschenke und schauen sich gerne unsere Berufefilme an. Dank unseres Auftritts auf soziale-berufe.com freuen wir uns über viele gute Bewerbungen. Selbstverständlich digital und passwortgeschützt. Absolut genial! Übrigens bietet das soziale-berufe.com-Team auch Weiterbildungen für zeitgemäßes Personalmarketing an und hilft bei Fragen immer gerne weiter. Nutzen auch Sie dieses Angebot. www.soziale-berufe.com